Ja, diese Reise war einzigartig. Es hat angefangen mit der Gruppe, die gepasst hat. Dann Tanus, deine Zuverlässigkeit. Man konnte sich verlassen drauf, du konntest die Sprache, du hast die besten Plätze Paris gefunden, man war abseits der Touristenströme und natürlich in dieser wunderbaren Gegend hier drin konnte man dann auch sich selber finden. Die einfachen Prozesse sind natürlich auch gelaufen und ich kann für mich sagen, ich gehe ganz anders, als ich gekommen bin. Ich habe wirklich eine Freude gewonnen an dieser wunderbaren Natur, den Menschen, die Sprache und am meisten beeindruckt hat mich dieses große Vertrauen der Menschen hier und das hat sich auch auf alles niedergespiegelt. Ich bin sehr dankbar und ich will ihn jederzeit, diese Reise noch mehr machen. Vielen Dank.